ja hallo willkommen zurück zu oxygen ich lasse das spiel mal direkt wieder laufen und ja ich habe diesmal ein bisschen offline wieder gespielt ich wollte mich ja hier um die geschichte kümmern und wie ihr seht funktioniert jetzt sehr gut wir haben die die das fängt wieder an zu lecken das spiel haben die lange schlange die es hier gab oder den stau bis hier runter ging bisschen aufgelöst und haben also das mittlerweile in grifter gehe ich auch später noch mal ein bisschen genauer darauf ein ich habe allerdings noch ein paar sachen mehr gebaut zum einen habe ich hier eine stromleitung hochgelegt wie hierhin geht zu der batterie und ab das hamsterrad abgebaut und ich habe hier eine batterie gebaut weil ich hier die pumpe mittlerweile angeschlossen habe und ihr seht auch ich habe hier das ganze freige graben und hier die ziegel dagegen metall ziegel ausgetauscht die sind noch nicht so kalt wie ich mir das gewünscht habe liegt aber auch zum großteil daran dass das gesamte der gesamte bereich sich hier ein bisschen aufgewärmt hat die bisher ist es noch sehr kühl und ab hier fängt es dann langsam an wärmer zu werden ich hoffe dass wir auf dauer das ganze hier noch noch abkühlen ja dann also wir haben hier eine pumpe mit dem wasserfilter wo wir das verschmutzte wasser herauspumpen das lassen wir hier fallen und das haben wir quasi hier mit eingepumpt in diesem bereich und wir kriegen allerdings den rest den wir hier haben auch nicht weg ich habe schon mal wieder versucht auf zu wünschen jetzt geht es wahrscheinlich nach und nach so noch in den griff kriegen dass wir dann irgendwann den bilder hier wieder auseinander bauen können ja außerdem bin ich hier angefangen das ganze abzureißen weil ich mir gedacht habe wir haben eigentlich hier nur so einen überschaubaren bereich dieser hier ist schon ein bisschen abgekühlt und ich würde gern versuchen diesen ganzen bereich hier noch komplett mit mit abzukühlen vielleicht diesen hier dann später auch noch mal ja das ist eigentlich die idee zu das wasser hier würde ich dann auch ganz gerne noch weiter abkühlen teilweise ist es schon recht kalt und das werden wir dann später nehmen oder werden wir später brauchen wenn wir die videos machen wo es um die verschiedenen nahrungsmittel dafür braucht man das ganze so was haben wir noch geändert gerade mal überlegen ach so hier hatten wir einen kleinen wassertank wenn ihr euch daran erinnern könnt der war am überlaufen und wir haben ja man sieht das auch jetzt genügend schmutzwasser auch wenn wir hier nichts abkühlen aus diesem grund habe ich einfach diesen tank hier mal massiv vergrößert pumpe lasse ich hier oben einfach wenn er sich dann irgendwann mal schauen wo hier natürlich jetzt aber irgendwo hingesprungen ich eigentlich jetzt noch nicht gar nicht hin wollte aber gut so dann ja wie gesagt aber hier in viel größeren schmutzwassertank bis der voll gelaufen ist jetzt mit sicherheit noch eine zeit dauern ja ansonsten was haben wir geändert noch genug sauerstoff dass sie die nacht überleben kann ich glaube das war es schon im großen und ganzen wenn ich nicht irgendwas vergessen haben sollte vielleicht hier und da ein paar kleinigkeiten aber im großen und ganzen dürfte es das gewesen sein hier bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher ob wir die automation im video gemacht haben oder ob ich das offline gebaut habe ist auf jeden fall so hinterlegt wenn wir hier mehr als 1200 grammes dann öffnet sich hier dieses ventil und dann wird hier eben auch kohlstoff oder so co2 nach unten durchgelassen hier zu unseren slicks dann die bekommen ansonsten momentan nur co2 von unserer polymer press die ich hier auf aber ein grad gestellt habe sollte ich vielleicht noch mal auf zehn grad stellen dann läuft das gruppe 110 ist ein bisschen viel läuft das ganze noch ein bisschen regelmäßiger zwar heizt das an diesem bereich auch ein bisschen auf aber könnten das ja dann auch mal wieder abkühlen die eiskultur hier ist bei uns vielleicht mal merken ist jetzt bei 20,2 hatte sich schon auf 17 glaube ich aufgeheizt also ok so dann kommen wir hier zu was da noch mal schöne grüße an kerstin die idee hier hatte die idee hier hatte dass wir hier auch metallziegel bauen können um das ganze dann aufzuwischen und die habe ich jetzt bauen lassen das ganze auch mal machen müssen wir nur noch dann hier uns mal vielleicht das einfallen lassen wo wir es jetzt gerade nicht machen können natürlich jetzt dass die hier nicht auch das ganze rohöl auffischen aber ja selbst wenn ist das eigentlich nicht so ganz tragisch wir lassen die einfach mal ein bisschen fischen hier dann gucken wir uns das später machen ach so wir haben noch ein paar gemeisterte berufe da habe ich auch eigentlich gar nichts verstellt während ich offline hier weiter gemacht das machen wir jetzt direkt bürgen meyer dann haben wir hier den diam kann der hier war der mechatronik engineer zwibach erfahrender landwirt fängt dann also jetzt als forschungsassistent an wobei ich gar nicht weiß aber das kann man jetzt mal testen ob er da überhaupt erfahrungspunkte bekommen weil wir ja schon alles eigentlich vorstanden aber wenn ich das mal richtig gelesen habe dann bekommt man auch erfahrung wenn man andere aufgaben macht und die kann man dann auch hierfür verwenden das können wir einfach mal ausprobieren ich weiß nicht ob das richtig ist oder falsch aber ich meine dass ich das in irgendwelchen patch nur zwei gelesen hatte luis kommt hier unten hier oben hin und schon haben wir eigentlich alle aufgaben verteilt dann raten wir hier auf die temperatur gucken das ist nach wie vor hervorragend ja mal irgendwo bereiche die schon sehr warm war nach so jährigen kleinigkeit geändert der transformator hier ist rausgeflogen und ich habe hier das direkt am strom angeschlossen weil der immer mal wieder überhitzt ist die gaspumpen sind überhitzt hat ja eine war eigentlich deaktiviert da kommen wir jetzt noch nicht dran ja die wandern überhitzt die habe ich dann zerlegt und aus gold am organ neu gebaut ok also das so ein update dazu was alles passiert ist und wie gesagt hier wird langsam als habe ich jetzt nicht mehr so nicht mit einer sehr hohen priorität gemacht aber das sollte nach und nach ausland hier machen wir genau dasselbe hier werden wir auch noch alles zerlegen aber doch alles der reihe nach das hier mit dem schmutzwasser schon mal wir können eigentlich dann wenn die punkte mal abschalten das ding auch weil es bringt ja nichts hier einfach wasser die ganze zeit hoch zu pumpen und wieder fallen lassen dass ich dann einfach stromverschwendung hier vielleicht noch weiter abkühlen können wir haben leider hier nicht so ein thermo nullifier aber hier was abkühlen können wir uns eventuell noch mal was anderes dazu überlegen gut wie viel plastik haben wir denn wir haben 10,2 tonnen plastik und wir haben immer noch hier wird schon weniger aber trotzdem noch eine ganze ecke und das ist ansteigen hier noch mal 8 tonne und eine tonne 10 tonne und 5 tonnen 9,4 und 5,4 das muss halt alles noch über unsere automatische automation in unserem der centrallager wo mir fehlen irgendwie die worte heute keine ahnung muss das hier halt alles noch übergeschafft werden und das war einfach mal machen kohle und wir haben keine kohle mehr würde ich mal sagen wir bilden hier oben mal wieder ein das hatte ich zeitweise schon wieder eingebaut gehabt dann habe ich es noch wieder rausgenommen und ja weil ich einfach das hier unten mal ab abarbeiten lassen wollte aber jetzt kommt es mal wieder mit dazu das wird quasi hier wieder jetzt ohne mengen lang kohle in den umlauf bringen das wird dann hier über die schienen runter transportiert das wird dann ohne ende kreime kann man vielleicht auch grad mal schauen da haben wir hier oben in der obersten etage noch ein bisschen was aber ansonsten sieht das hier sehr gut aus wir haben fast alles mittlerweile mit Chlor gefüllt warte mal hier in die Leitung gucken aber wenn wir jetzt natürlich anfangen Chlor auszupumpen fängt das nix reaktivieren wir das ganze dauerstoffmäßig sieht das gut aus das hier sieht nicht gut aus woran liegt das ah weil hier der Transformator überschwimmt da eigentlich vielleicht auch mal hingehen sollten stromleitung hier auch aus da eigentlich das ist bei solchen sachen nicht weiter warum ist es hier das ist insgesamt wieder kühler geworden hier war schon wärmer da haben wir auch mittlerweile deutlich runter gekühlt was machen wir unten unsere slicks der kumpanen ja können wir hier natürlich auch jetzt da auch nochmal danke an Kerstin das können wir nämlich jetzt auch hier direkt machen wir können noch ein Befallen aufstellen Slicks da zu fangen und hier oben wieder raus zu bis ja ich könnte eigentlich sagen ist ja jetzt überflüssig aber ne ich möchte die trotzdem hier oben haben weil wenn das Öldrein irgendwann wieder steigt werden wir hier mal ein bisschen mehr CO2 reinlaufen lassen das Öldrein das Öldrein Bisschen Wasser haben wir hier überall noch aber wenn hier vielleicht dann eben einfach mehr CO2 wieder rein lassen Sollte das Öl ja auch steigen. Okay. Eins, zwei, drei sehe ich noch. Das heißt, wir brauchen noch drei Fallen. Die entkommenen. Die sind ja schon nach oben. Wahrscheinlich gerade eine Anzeige-Bug. Das hat schon hervorragend geklappt. Mal davon abgesehen, dass wir hier teilweise noch ein bisschen wenig Öl auf den Feldern haben, obwohl das könnte auch schon komplett erledigt sein, hier natürlich jetzt nicht. Gut, hier machen wir jetzt mal folgendes, wir stellen das auch mal um, dass das auch bei unter 1200 Gramm ist. Dann läuft er nämlich permanent CO2 in den Runden. Mal gucken, ob das hier auch hinhaut, aber da wir hier noch eine Brücke haben, sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Wir brauchen nur einen normalen Abzug, das heißt der Druck hier könnte nicht zu hoch werden. Sehr schön, okay, jetzt muss man natürlich dann irgendwann mal aufpassen, dass wir hier eventuell zu wenig Wasser haben. Aber dann können wir immer noch hier das Ventil öffnen. Außer wir haben ja hier mittlerweile bei 37,4 Kilogramm Erdgas pro Feld. Also da haben wir so viel Reserven, da kann man wahrscheinlich 100 Zyklen ohne, wir haben genug Erdgas für 100 Zyklen, selbst wenn das Ganze nicht läuft. Also, ja, das schaut gut aus, gut. Ja, was gibt es noch zu zeigen? Ja, man sieht jetzt hier schon, das kann man gerade noch mal kurz genauer drauf schauen, wie auch die Kohle hier drauf geschoben wird. Wir haben mittlerweile hier einen erheblichen Rückstau schon wieder, das heißt Kohle ist genügend vorhanden. Ach so, was sich hier noch geändert hat. Zum einen hier, wie gesagt, haben wir die normalen Ziegel gebaut, damit wir nicht... Ja, wir hatten das Problem halt, wenn wir hier zum Beispiel Dünger drin hatten und wir haben in diesem Lader hier auch Dünger eingestellt. Dann hat er den, wenn nichts anderes zu tun war, da rausgeholt und hier wieder eingeladen. Dann kam der wieder dahin und das war halt eine Endrisschleife, das war natürlich Quatsch. Deswegen mussten wir hier normale Ziegel einsetzen. Das Problem haben wir aber gut im Griff, konnten daraufhin auch die Priorität für die anderen hier wieder auf fünf stellen. Sonst gab es nämlich hier beispielsweise das Problem, wenn hier Kohle angekommen ist, hier. Und dieses Feld hier voll war, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir hier einen Stau gleich haben mit der Kohle. Sollte irgendwann gleich mal... Ja, man sieht jetzt, dass sich das Ding langsam füllt oder die tausend Kilogramm voll haben, dann hat er halt hier nichts mehr rausgeholt, weil dieses Ding auf, äh, auf, dieses stand auf Priorität fünf. Da konnte er halt nichts einladen und hat die anderen mit vier hier einfach ignoriert. Ich weiß nicht, ob das, laut meinem Verständnis würde ich jetzt sagen, das macht trotzdem Sinn, die Sachen hier bei drei rauszuholen und bei vier eins zu lagern, aber hat er halt nicht gemacht. Ja, und jetzt aber, wo wir das auf fünf gestellt haben, man sieht, dass hier ja auch Kohle eingelagert ist. Äh, andersrum hat das wahrscheinlich wiederum zur Folge, da wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, er würde ja hier dann die Kohle nicht rausholen und da einlagern. Hm, ja, da muss ich doch mal ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Perfekt ist das dann ja eigentlich auch noch nicht. Über alles andere als perfekt. Ähm, ja gut, aber ansonsten, ähm, man sieht das mittlerweile, äh, es funktioniert hier. Die Sachen werden hier eingelagert und wir haben ganz selten eigentlich mal den Fall, dass hier Sachen wieder rauskommen, weil sie hier nirgendwo eingelagert wurden. Ja, klappt perfekt, wir haben auch, man sieht das, die, die ein Klader jeweils sind, eigentlich immer leer, außer dieser hier, da kommt er nicht, nicht gegen an aus irgendeinem Grund. Was haben wir denn da drin? Knorpelbeeren? Warum Knorpelbeeren? Knorpelbeeren gehören eigentlich der Kühlschrank. So, wenn die voll sind. Sehr gut. Äh, ja, gut. So, achso, was ich auch noch gemacht hatte, ich hatte hier die, äh, wie heißt es, die Aufräume rausgenommen, weil wir eben sonst hier, das habe ich glaube sogar in einem der letzten Videos gemacht, weil wir hier sonst einfach die Unmengen an Dünger, die wir hier herstellen. Wir können gerade mal gucken, weil wir hier, haben wir schon 8,2 Tonnen, das mal 16, da kann man sich ausrechnen, was dabei rumkommt, ne? Also so 130, 140 Tonnen Dünger haben wir hier, und wenn die alle hier oben eingelagert werden sollen, blockieren wir uns unser, unser System hier noch länger. Ja, das kann man später mal wieder machen, aber jetzt erstmal wollen wir die vorhandenen Sachen hier aufräumen. Wir haben ja wieder einen gemeisterten Beruf, das war der Devon diesmal. Er ist erfahrener Mietenarbeiter. Er ist erfahrener Mietenarbeiter. Er ist erfahrener Mietenarbeiter. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, obwohl, haben wir noch was, was wir machen wollen, aber wir haben hier noch eine Falle zu viel. Okay. Alles Slicks da hier sind weg. Ja, okay, wir können das hier dann mal langsam beobachten, ob sich das Ganze hier wieder füllen wird. Gibt sicherlich eine Zeit dauern, aber es sollte früher oder später durch auspassen. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir können hier die Leitern abreißen, wir können hier das zweite Leiterelement, das ist ein bisschen mühselig, dass wir aber jetzt nicht das ganze Video übermachen, aber werden wir zerlegen, um diese Leitern gegen Plastikleiter auszutauschen. Einfach mal hier exemplarisch für ein paar. Ja. Veredeltes Metall haben wir ein paar Reserven aufgebaut. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann mal einen Cut für dieses Video. Das war jetzt eigentlich, wir haben jetzt dieses Mal nicht viel gebaut, aber ich hatte halt eine ganze Menge offline gemacht und das wollte ich euch alles mal zeigen. Was mich sehr interessieren würde, ich habe bislang wenig Feedback zu diesem System hier bekommen. Ich würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht, sagt ihr das ist ja totaler Quatsch. Momentan, wenn ich ehrlich sein soll, hat das Ganze noch wenig Sinn, weil man hätte das auch einfacher haben können, indem man einfach irgendwo Lagerfläche baut, baut da ein paar Arme hin, lässt das automatisch verteilen, fertig. Aber so haben wir das Ganze jetzt sortiert und können auch gezielt Sachen wieder rauslagern, sonst hätte man eben das Problem, wenn man hier einen Startpunkt für Kohle hätte und Kohle ist überall in dem Ganzen verteilt, hätte man die Kohle da nicht rausbekommen können, sondern wäre dann halt so gewesen, dass hier der Greifarm ist, der hier Kohle einladen kann. Aber die Kohle ist hier oben und da kommt er halt nicht hin. Das haben wir so umgegangen. Ja, was wir natürlich dann jetzt demnächst machen werden, dass wir mehrere Belader bauen wie diesen hier, weil wir ja nicht nur hier Kohle brauchen, sondern wir werden beispielsweise in verschiedenen Sachen den Dünger zum Beispiel brauchen und all solche Sachen. Wir werden mal schauen, was uns alles da noch so einfällt. Gut, ja, hier haben wir die ersten Plastikleiter, dann kommen wir die das. Auch nochmal alle Zilli. Und dann hier weiter Plastikkleiter. Gut, also ja, nochmal, ich hatte gerade schon angefangen. Danke, dass ihr da gewesen seid, dass ihr das angeschaut habt und auch nochmal vielen Dank für eure Kommentare. Und ja, schaut weiter fleißig dabei. Bleibt weiter fleißig dabei, schaut die Videos. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da oder einen Daumen nach oben oder einfach auch einen Kommentar. Gerne auch immer, wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt. Dann danke und bye, bye.